Na ja, wir haben uns schnell herzlich willkommen zurück bei einem weiter von meinem Projekt. Und zwar ist es jetzt so, ich erkläre es mal. Ich habe jetzt zwei Projekte mit Dominik am Laufen und zwei Projekte, denn alleine. Und zwar werde ich jetzt, halt jetzt die Projekte gemacht, die ich jetzt erstmal durchschnitten werde, dann fahre ich mir was anderes nach. Und falls irgendwie so Videos kommen, wie kauf ich dich die Ghosts, das habe ich auch genommen. Oder irgendwie Minecraft-Virus. Oder so was sind das nur so zwischendrin Videos, weil ich halt richtig Bock auf das Spiel gerade habe. Also das wird nicht richtig als Projekt gelten. Und ja, wir fangen jetzt an mit dem neuen Projekt Far Cry 3. Ich hatte das Spiel schon mal durchgespielt, Dominik noch nicht. Die Aufnahme läuft klar. Hallo. Dominik läuft gerade rein. Und ja, hier gibt es noch einen Korb, auf der Dominik will, den wir spielen. Keine Ahnung warum. Und ja, wir lassen uns ab mit der Story hier, dass wir einen Part machen. Und ich mache es nicht ernst, wenn man einfach rumstechen will. Das muss... Das kann Dominik nicht. Ja, dort ist Schlecks. 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 Klingt da... Ja, wir fangen... Ich bin schon eins. Und zwar machen wir... Leicht, mittel oder hart? Leicht, mittel oder schwierig? Hallo? Ne, egal. Du fängst an. Wir machen leicht wegen dir. Ich hab schon richtig viel, das müssen wir ausprobieren. Wir können nur mittel machen, aber... Ja, mittel. Na, ich bin schon zu spät. Und schon leicht. Ja, ich bin schon drauf. Jagen. Kopf. Spack. Spiel. Lauf. See. Töte. Reise. Freunde. Mutter. Freundin. Spiel. Necke. See. Jage. Beobachte. Freundin. Bruder. Freunde. Verloren. Wahnsinn. Heimat. Reise. Beobachte. Freundin. Lauf. Spiel. Erwache. Krieger. Tatao. Stirb. Siege. Necke. Mutter. Töte. Mann. Siege. Jagen. Beobachte. Okay, dann leise. Du bist auch leise. Der nächste Augenblick. Wahnsinn. Ihm machen das Loch nicht Spaß. Ohne zu beobachten. Auf meinen Bruder Riley und seinen Pilotenschein. Wo ver... Riley! Wo ver... ...ist der kleine Scheißer. Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine. Wow! Du hast schreit. Du hast Scheiße. Der ist gleich verbreitengeschlafen! Knochen! Regis, verbreit! Verbreit! Du bist irre, Jay! Ich hatte den höchsten Führer! Springt aus Flugzeugen raus, fliegt wie Vögel. Der ist schon cool! Ich mag das Teil! Richtig geiles Handy! Also, den haben wir hier! Graham! Und Jason! Ich bin Jason Harrell! Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben! Weil ihr zwei Weißbrote echt teuer aussehen! Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen! Sorry, was heißt das? Was heißt das? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie dein Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Ich bin der mit dem Scheißschwanz! Guck mich an! Direkt in die Augen! Ey! Du sag! Guck mir in die Augen! Du behörst mir! Ja! Das ist mein verficktes Reich! Halt dein Scheißmaul! Oder du stirbst! Was ist, Jason? Jason! Was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Das ist kein Spaß mehr! Ich bin nicht überhaltsam genug! Weißt du, die Sache ist die! Da oben! Dachtest du wärst deine Chance! Weit oben am verfickten Himmel! Dachtest du, du hättest den Finger am Verpissen anzugucken! Aber, Hermano! Hier oben! Hier oben! Hier oben! Ist das vorbei? Ist okay! Ist schon ruhig! Ich hab' ich gehört! Weißt du, du! Moi! Und dein perfekter Bruder! Viel Spaß haben! Ah! Nach den Geisern keine Angst! Du musst dich um die Apfelten kümmern! Ich hoffe, dass ihr jetzt vernünftigen Ficker unterhaltsam seid als eure Freunde! Good day! Bye-bye! Der hat uns Ficker gewandt! Das war's! Das lernen wir alles! Oder? Kölns Bäume! Joch, wusste ich auch! Ja, da los ist hier oben in der Hand! Das ist nur die Höhle! Boah! Sauber ... Bist du verletzt? Hm? Ich glaube nicht! Was ist denn die anderen hier? Wie? Ich arbeite dran. Ruf die Wache. Was? Ruf die Wache. Tu es. Hey, komm mal her. Was ist? Hey, haltet die Fresse klar. Scheiße. Alter, bist du? So was bringen sie ja wieder an die Beine. Oh Gott. Oh Gott. Fangen wir hin. Okay, folgen wir mal. So, was war's? Dann erst mal Untertitel an. Dass ihr auch was lesen könnt. Dann erst mal Spock. Äh, Kraft. Untertitel. Englisch, Französisch, Deutsch. Super. Scheiße, 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 scheiße. Ich bin scheiße. Ich bin scheiße, der wo wir oben über ihr sind. Hätseliert. Davon ist Grant. Da wo ich irgendwo cool fühlt. Ja, komm. Bleib. Und. Halt. 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 Oh Mann! Ich mag Schwein. Ich auch. Außer... Die, die jetzt schon getötet sind. Nichts geht los. Okay. Nichts so getan, oder? Stopp! Weil jetzt Faustetuch kommt aus dem Bösen. Scheiße! Stopp! Das ist gar nichts. Hier ist alles gut. Da ist ein bisschen blöd, aber es macht auch nichts. Okay. 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 Hallo! Okay, wir werfen einen Schein jetzt genau da hin. Tschüss! Wir haben einen Schein jetzt auch kack gemacht, ey. Ja, ja. Und die Hühner-Schein natürlich muss, ja? Ja. Ach, ich bin so normal! Okay, ich bin mal... Ich bin bitte da zwei! Tschuldigung! Oh, du hab' ich da schon wieder! Schatz, es ist richtig! Oh Gott, ich kenn' das nicht, Grant! Check, 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 check! Sieh'her! Ich kann Lisa und Riley und die anderen ohne dich nicht finden. Also reiß dich zusammen. Okay? Okay, tut mir leid. Lisa, ihr heult. Hallo. Nettung. Richtig kurbeln, nicht immer. Komm, das ist echt kurbeln. Füße, das ist sehr für mich hoch. Okay, da tötet alle. Wir gehen mal los. Wir haben vor dem Fernseher. Die putzen Fernseher. Schnell das Barrio Nada. Drauf. Drillen zu wollen. Okay, steigen. Spannend. Okay. Okay. Okay, okay. Ich weiß auch nicht, wo wir sind. Weißt du, wo wir sind? Ich... Nein. Ich wickele gerade, was du sagst. Ich wickele einfach. Ah. Ich... Irgendwann ist wie ein Star유 gemütnt. Ich? Herr ruf hat mich. Da war nichts zu July erfahren. Wह ich hatten? Ich habe den Star arriba anticipated. Ja, ja, ich habe sie mir知道. Nein, nein. ja genau ich bin unschuldig nein bitte 3 Checkpoint erreicht Ich hab dem versprochen auf euch aufzupassen Steht da auch wo Ryder ist? Wir werden ihn finden Wir befreien die anderen Und dann geht's nach Hause Oh mein Scheiße Ist wie eine Ketchupflasche Ja wie eine Ketchupflasche Sie läuft aus Okay, okay Wir laufen Wir sind Forrest Ich bin die Forrest Doch ein bisschen hab ich schon mal von der Forre gespielt Aber was darf denn nicht? Scheiße nicht Aua Er hat noch eine richtige Flugverkiftung Ich meinte jetzt Wär's nicht So dann hätt' schon nach Hause in die Hutverkiftung Weil da viel Dreck Was ist weg von hier? Ich muss weg von hier Ich mag ihre Hände Ich muss weg von hier Ich muss weg von hier Oh mein Controller Okay Ich fände nicht Du wirst nicht weg Kommen Ist nicht so heiß dass sie bei Dein Wetterwegsen schreien Ich bin das ja pince Wow Platz an Ich hab ihn! Ich hab ihn! Hast du in Stormy gefahren? Tschüss ihr Loser! Ich mach Urlaub! Tschüss ihr Loser! Ich mach Urlaub! Hallo! Flugzeug! Nein! Ich mag das nicht! Jetzt kannst du eigentlich nach einer Leiter hochkommen. Nein! Denkst zurück! Ubisoft-Presse-Team Pass. Eine Ubisoft-Montreal-Probebeziehung Das ist eine Hand! Hallo Hand! Oh, dachte ich mir zweite Hand! Und wir machen Pause, weil der Part vorbei ist! Und Donny mach es gleich weiter! Ich? Würde ihr auch! Und du solltest das alleine nicht spielen? Du tust das mit labern! Ist das auch schon so? Einfach so? Also, würd ich jetzt gleich? Äh... ja! Okay! Okay! Dann für Donny gleich! Lass einen Kommentar da! Oder einen Daumen! Und wenn ihr richtig gut gepackert werfen! Und Abo nett! Und tschüss! Und lass den Furz da! Nein! Tschau! Ja! 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 Ja!